Servus zusammen auf unserem YouTube-Kanal von ARS24.com. Heute stelle ich euch vor, ein Multimedia-Gerät im Doppel-DIN-Format mit einer geilen Bedienung, tolles Design, tolle Funktionen, das Clarion NX706E. Grundsätzlich gibt es vier Varianten vom NX706 und zwar erstens die Variante E. Das ist also die Grundversion von dem Autoradio, über die wir jetzt ausführlich in diesem Video sprechen. Zweitens gibt es die NX706 DAB-Variante, welche dann die DAB-Box samt Antennen für DAB-Empfang, also für digitalen Radioempfang, mit im Lieferumfang mithaben und auch im Prinzip günstiger die Version kommt als Set als im Einzelkauf. Drittens gibt es dann auch die Variante NX706EC. Das C steht für Camper oder auch für LKWs, also da werden auch die Längen, Breite, Höhe von dem Fahrzeug mit bei der Routenführung beachtet. Und jetzt ist es noch ganz cool, dass eben auch 28.000 Stellplätze, Campingplätze in der Software bereits mit enthalten sind, wo ich dann auch die Preise, die Kontaktdaten abrufen kann über mein Display vom NX706EC und auch gleich die Routenführung dahin starten kann. So und die vierte Variante ist dann im Prinzip die Camper-Variante, aber jetzt noch zusätzlich mit DAB-Box DAB-404E inklusive im Set wiederum günstiger als im Einzelkauf. Weiterführende Links und entsprechende Beschreibungen, Zusatzoptionen usw. schreiben wir euch alles unten nochmal in den Videobeschreibungstext mit rein. Ganz, ganz wichtig. Der NX706E hat einen 7 Zoll Touchscreen-Monitor, der motorisch öffnenbar ist und den CD-DVD-Schacht verbirgt, welcher dann auch die Formate FLAC, MP4, MP3, WMA oder auch über USB das AVC-Format oder Video AVI, MP4, MP4V, MPG oder 3GP abspielt. Ein UKW-Empfangsteil ist natürlich auch an Bord und es ist natürlich, wie schon anfangs erwähnt, erweiterbar als DAB-Variante das DAB-Modul dazu zu bauen, wo die Antennen entsprechend auch gleich mit an Bord sind, damit man eben einen optimalen Empfang hat, störungsfrei, volle Dynamik und eine riesen Senderauswahl. Natürlich auch Bluetooth mit Freisprechen und Audio-Streaming und sogar die Unterstützung von der Siri-Funktion bei Apple-Geräten. Direkt eingebaut ist auch das Navigationsmodul mit 3D und 360-Grad-Ansicht für ganz Europa. Auf der Rückseite befinden sich zwei USB-Eingänge. Einer ist für einen iPod- oder iPhone-Anschluss und der andere ist eben für einen ganz normalen USB-Stick geeignet. Einen HDMI-Eingang haben wir auch. Damit kann man dann HDMI-fähige Handys optimal mit einem HDMI-Kabel mit dem Gerät verbinden und die Videos entsprechend über dem Bildschirm vom Multimedia-Gerät abspielen lassen. Multicolor ist auch immer so ein Begriff, den mache ich ganz gern. Was haben wir? Wir können die Tastenfarben entsprechend ans Fahrzeug anpassen und sogar den Bildschirm. Und es schaut teilweise ziemlich geil aus. Zeige ich euch dann gleich. Dual Zone, also zwei Zonen für Medienwiedergabe. Ich kann als Fahrer zum Beispiel UKW hören, ganz normal, und gebe den CD-Schacht oder DVD-Schacht, gebe ich ein Bild aus für die Rear-Kopfschutzmonitore zum Beispiel und kann beide unabhängig voneinander wiedergeben. Auch über die Sound-Einstellungen, über den 15-Band-Grafischen-Eckverleißer und aktive Frequenzweichen und Cinch-Ausgänge werde ich euch gleich nochmal was erzählen. Für Leute mit großen Autos oder unsicherer Fahrweise, man kann natürlich auch eine Rückfahrkamera mit dran anschließen, die automatisch mit anschaltet, sobald ich den Rückwärtsgang mit einhebel. Zu guter Letzt werde ich euch in diesem Video auch noch die Anschlüsse von dem Multimedia-Gerät zeigen und auch auf das ganze Zubehör eingehen, was da alles mit dabei ist und was es dazu gibt. Das Thema Bluetooth, das erläutern wir jetzt mal in dem Video etwas genauer. Wir paeren jetzt zum Beispiel mein iPhone mit dem NX706e und dazu müssen wir erstmal in die Grundeinstellungen reingehen und müssen die Funktion Bluetooth aktivieren. Dann gehen wir wieder auf das ganz normale Hauptmenü, können direkt ins Telefon wählen und jetzt sagt mir meine Einheit oder mein Display schon, naja, du hast noch gar kein Gerät gekoppelt. Wir möchten eins dazu koppeln, das machen wir mit dem Plus und hier sieht man schon, man kann bis zu fünf Geräte koppeln, nicht gleichzeitig benutzen, aber zumindest wenn die Frau ein Handy hat und die Kinder und wer auch immer mit dem Auto fährt, kann man gleich entsprechend bis zu fünf verschiedene Geräte eingeben. Und jetzt mache ich auf Speicherplatz 1, mache ich mal mein erstes Gerät. Mein Gerät muss natürlich mit Bluetooth aktiviert sein und jetzt warten wir darauf, dass mein iPhone angezeigt wird. Jetzt habe ich Olivers iPhone. Jetzt haben wir Olivers iPhone gefunden. Klicken wir das an und sagen Paaren. So und wir bestätigen das Ganze hier. Und gepaart. Und jetzt haben wir die Verbindung mit drin. Ein Bild dieses Gerätes auswählen. Machen wir halt ein iPhone draus, was es auch ist. So und jetzt haben wir Olivers iPhone auf Platz 1 gepaart und können jetzt loslegen, indem man rein theoretisch von hier aus ein Gespräch wegführt, weil wir haben die Tonausgabe von der Freisprechanlage läuft über die Bordlautsprecher. Ich kann über die Software sagen, ob der rechte Lautsprecher oder der linke Lautsprecher. Und ich habe ein eingebautes Mikrofon bereits im Gerät integriert. Beiliegend ist aber auch noch ein externes Mikrofon mit dabei, das auch für die Sprachqualität tatsächlich nochmal besser ist. Und wer Lust hat, das zu verbauen, dem empfehle ich das auch, damit die Sprachqualität einfach richtig gut ist. Und jetzt haben wir unsere Oberfläche, wo ich eben meine Nummer eingeben kann oder auch Kontakte auswählen kann. So, also so funktioniert das. Wir sind gepaart, wir können telefonieren. Das gleiche kann ich auch von hier aus machen. Einfach einen Ruf wegmachen, dann geht der automatisch hier zu Audi Kempten. Habe ich jetzt gerade hier noch drin gehabt. Gehen wir ausblenden. So und das ist Bluetooth-frei sprechen. Das Thema können wir jetzt soweit abhaken. Wir können hier Gespräche annehmen, auflegen. Wir können Nummern wählen, wir können auf die Kontakte vom Handy zugreifen. Feine Geschichte und jetzt gehen wir zu Bluetooth-Audio. Bei Bluetooth-Audio haben wir einen eigenen Button jetzt hier drauf. Das heißt nicht Telefon, ist aber genauso lilla, ist aber Bluetooth-Audio. Das heißt, dieses Gerät greift jetzt auf die Datenbank von der Musik von meinem Handy zu und zwar schnullos. Wir haben jetzt unseren Player vom Bluetooth-Audio Streaming und da kann ich jetzt zum Beispiel auch suchen nach meiner Playlist und sage Ballermann oder wie immer hier war Ballermann und kann mir hier meine Songs raussuchen und direkt hier wiedergeben über mein Multimedia-Gerät. Das ist Bluetooth-Audio Streaming. Auch die Siri-Funktion wird vom NX706E unterstützt. Dafür haben wir ja unsere Voice-Taste. Telefonieren mit Sascha Adam. Sascha Adam, Clarion wird angerufen. Privatnummer. Jawohl. So, das ist nämlich unser Clarion-Mann für die Technik und den rufen wir jetzt an. Ja, Sascha? Richtig. So, also Siri-Funktion haben wir jetzt getestet. Du bist gerade live dabei mit auf der Kamera. Wunderbar. Nicht nur Telefonbuch, sondern auch eben sonstige Informationen, die mir gerade einfallen. Ein Restaurant, zum Beispiel jetzt in Memmingen, geben wir einfach mal was ein. Italiener in Memmingen. Ich schaue mal nach. Okay, eine Option ist Pizzeria da in Zoo. Bewertung vier Sterne und die Preise sind moderat. Wie wäre es hiermit? Pizzeria da in Zoo ist ungefähr zwei Kilometer entfernt Richtung Nord, bewertet mit vier Sternen und moderat. Also so ein Italiener mal schnell um die Ecke zu finden, ist doch eine feine Geschichte und ist einfach per Knopfdruck und ein bisschen hin und her quatschen mit der Siri. Also ich finde es ganz cool. Ist einfach mit dabei, das Feature, ob er es nutzt oder nicht, ist doch mir egal. Aber es geht ganz cool. Jetzt kommen wir zum Thema USB und da haben ja unsere zwei USB-Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes. Wobei jetzt einer tatsächlich für einen USB-Stick ist oder für eine externe Festplatte, die man mit anschließen mag. Und der andere ist dann auch wirklich explizit für den Anschluss eines iPod-Gerätes über das normale USB-iPod-Kabel, das ich dann eben entsprechend auch einstecken kann und mit meinem iPhone jetzt zum Beispiel verbinden kann. Und jetzt durch diese Verbindung über meinen USB-Eingang tatsächlich nicht nur das hier bedienen kann, sondern ich kann es jetzt hier, schauen wir mal kurz rein, in den iPod-Modus. Und da sehe ich jetzt tatsächlich auch gleich, hier kann ich nach Songs entsprechend auswählen, ich kann hier nach Interpreten auswählen oder ich kann hier direkt nach einem Album suchen oder eben meine entsprechenden Ordner mir anzeigen lassen. Das kann ich dann alles machen, wenn ich es mit einem USB-Kabel zwischen iPhone und Multimedia-Gerät verbinde. Im Gegensatz zu Bluetooth kann ich zwar das Ganze schnurlos machen, aber die ganze Suchfunktion und so weiter über das Multimedia-Gerät funktioniert bei Bluetooth-Audio nicht, sondern kann ich ganz normal die Musiktitel streamen, kann vorwärts-rückwärts machen, das ist schon alles ganz okay. Aber auch eben die Übertragung der entsprechenden Album-Cover und so weiter funktioniert alles erst mit USB dann in vollem Umfang. Und der USB-Stick bekommt auf dem Multimedia-Gerät auch ein eigenes Icon, das ist das USB-Audio. Und hier können wir dann ebenfalls nach Ordner, nach Interpret oder nach Titel entsprechend sortieren. Und mir wird auch entsprechend, wenn ich es hinterlegt habe, das Cover von dem entsprechenden Ordner oder von dem Titel mit angezeigt. Schaut also ganz ordentlich aus, bedienen lässt es sich aus, super. Das sind unsere zwei USB-Anschlüsse auf der Rückseite. Die Navigation von Clarion beinhaltet 44 Länder, also im Prinzip mal ganz Europa. Es ist sogar Russland mit dabei, so als Randinformation. Im Lieferumfang ist auch die GPS-Maus mit dabei, die dann im Auto installiert werden muss, damit unser Gerät erstmal weiß, wo es ist und wo es natürlich dann hingeht. Und wir haben hier den Button Navigation. Wir haben bei der neuen iGo Next Generation immer als Kunde hast du die Möglichkeit, Latest Maps zu machen. Das heißt, wenn du das Gerät einmal bekommst, die liefern lässt, kannst du immer den neuesten Kartenstand zum jeweiligen Zeitpunkt des Kaufes einfach innerhalb von 30 Tagen downloaden. Downloaden, das kostet nichts und die weiteren Updates, wenn man mal in zwei, drei Jahren was Neueres an Software haben mag, kann man bei Navi Extras entsprechend nachkaufen. Wir haben jetzt die Navigation gestartet und ganz cool finde ich persönlich die 3D-Ansicht von entsprechend großen Gebäuden, die dann in der Software hinterlegt sind und auch die 360-Grad-Ansicht. Das heißt, wir können den Bildschirm entsprechend ausrichten, von welcher Position aus ich diesen Standort anschauen mag und kann mich sozusagen drehen und mir die ganze Einheit anschauen. Und ich kann mir sogar den Neigungswinkel dementsprechend anpassen, indem ich hier mehr von oben oder mehr von der Seite kann mir das alles einstellen. Und geil ist auch die, gehen wir mal auf einen anderen Zoom, ein bisschen weiter raus, ich kann mich auf der Karte hier bewegen und kann mir den entsprechenden Ausschnitt herziehen und mich dann wieder reinzoomen, so dass ich also auch während der Fahrt mal schnell eine andere Position oder eine andere Gegend mir anschauen kann. Und da bin ich natürlich relativ flexibel mit meinem Touchscreen-Display. Also Gebäude werden bei der 3D-Darstellung auch tatsächlich so angezeigt, wie das Gebäude halt auch ausschaut und ich kann mich über diese 360-Grad-Darstellung entsprechend ringsrum bewegen oder eben auch die Position, ob ich von oben drauf oder mehr von der Seite schauen mag. Und wer jetzt sagt, naja, das ganze 3D-Gedönsel, man kann das natürlich dann auch auf 2D umschalten und dann habe ich auch keine Häuser oder sowas mehr drauf, sondern wirklich die Kartendarstellung von oben. Was ist heute schon ein Multimedia-Gerät ohne entsprechenden Farbeinstellungen? Das zeige ich euch jetzt mal, was man hier alles machen kann. Wir können nämlich diese Farben hier und den Bildschirm entsprechend anpassen, wie wir möchten. Da gehen wir in die Bildschirmeinstellungen rein, suchen uns die Beleuchtungsfarbe raus, hier bei Einstellungen. Und da können wir jetzt entsprechend die Farbe wählen in der Tastenbeleuchtung. Wenn ihr die jetzt gewählt habt, dann kann ich jetzt nochmal rausgehen, dann schaut das Gerät nämlich so aus. Der Bildschirm selber hat sich angepasst und die Farben von den Tasten sind jetzt die gleichen. Wenn ich jetzt aber noch den Hintergrund entsprechend abänder, da kann ich nämlich jetzt auch nochmal den Wallpaper, da kann ich jetzt verschiedene Hintergrundbilder entsprechend auswählen. Die ersten paar, die sind jetzt nicht so besonders toll, aber ab Bild 6 geht es eigentlich los. 7 und 8, die sind ganz lustig. Nehmen wir mal Bild 6 her, ich übernehme das und gehe jetzt wieder raus. Dann habe ich jetzt meine ursprüngliche Tastenbeleuchtung und habe entsprechend einen anderen Hintergrundbildschirm. Und ich kann auch noch zusätzlich den Hintergrundbildschirm nach einem bestimmten Format selber importieren. Kann mir da also mein VW, Toyota, BMW, Mercedes, XY Zeichen drauf machen oder das Bild meiner Liebsten. Und kann das auch importieren und kann das als Hintergrundbildschirm machen. Und wenn die Animationen hier vorne drauf nicht passen, da bewegt sich immer irgendwas, auch das kann man im Menü abschalten, dann wird es ein richtig schöner, ruhiger Bildschirm. Der Sound beim NX706E kommt aus grundsätzlich mal 4x45 Watt Lautsprecherausgangsleistungen, die direkt aus dem Autoradio rauskommen. Und ich kann natürlich meine Soundquelle erweitern. Ich habe hier meine Cinch-Ausgänge, das heißt Front, Rear und Subwoofer, alles separat regelbar über eben entsprechend 6 Kanäle Cinch-Out, die ich anstecken kann, wenn ich es benötige oder auch abstecken kann, wenn ich es nicht benötige. So und jetzt gehen wir mal in die Soundeinstellungen rein, weil unser Gerät hat zum Beispiel einen 15-Band grafischen Equalizer, der hier bei den Soundeinstellungen zu finden ist. Und da kann ich den grafischen Equalizer starten und kann mir entsprechend meine Voreinstellungen hier machen oder eben als Benutzer einfach mal einstellen, was ich hier verstellt haben mag. Und kann mir das entweder nach Gehör einstellen, auf mein Auto, auf meinen Geschmack oder ich kann sogar, wenn ich das Equipment dazu habe, einen Messcomputer dazu haben und entsprechend hierzu diesen 15-Band grafischen Equalizer verwenden. Ebenfalls sehr wichtig finde ich persönlich immer die aktiven Frequenzweichen. Wir haben hier einen Hochpassfilter und einen Tiefpassfilter. Machen wir es mal alles her. Hier ein Hochpassfilter, einen Tiefpassfilter, wo ich jetzt die Frontausgänge und die Rearausgänge von dem Autoradio, ist er auf Cinch oder auch auf den Lautsprecherausgängen, entsprechend mit einem Hochpass belegen kann, sodass ich den Bass von den Front- oder Hecklautsprechern zum Beispiel abfiltern kann, damit die nicht den vollen Bassbereich mitmachen müssen, was sie eh nicht gut machen. Weil dafür habe ich dann einen Subwoofer, den ich wiederum als Lowpassfilter, also die Hochtonbereiche wegfiltern kann, damit mein Subwoofer schön satt und tief klingt. Alles das kann ich bereits am NX706 entsprechend einstellen. Einen Magna Bass-EX haben wir hier noch. Das ist sowas ähnliches wie ein Lautnes. Hörst du leise Musik, dann kommen mehr Bässe und mehr Höhen dazu. Je lauter ich mache, umso weniger ist diese Funktion auch vonnöten, weil dann eh genau dieser Frequenzbereich dann auch zulegt entsprechend. Und was jetzt noch ganz cool ist, als letztes die Funktion hier unten haben wir Verstärker abbrechen. Okay, ich breche jetzt auch gleich ab, weil das hat wahrscheinlich irgend so ein Chinesi übersetzt. Kein Deutscher weiß da, was das bedeuten soll. Wir haben mal kurz recherchiert. Das bedeutet eigentlich, dass Verstärker-IC vom Autoradio, also die 4x45 Watt, ausschalten, damit dann praktisch nur noch das Sound über diese Cinch-Ausgänge rauskommt. Das ist nur dann vonnöten, wenn ich meine ganze Anlage über externe Verstärker betreibe, dann tue ich den Verstärker abbrechen. Für jeden, der das Gerät selber einbauen mag und das sich natürlich mit den Kabeln auseinandersetzen mag, was kommt da alles raus, was muss ich alles anschließen, gehen wir jetzt nochmal im Schnelldurchgang alles durch, was hier hinten dran zu finden ist. Als erstes haben wir mal unseren ISO-Anschluss, der im Prinzip so vorbereitet ist, dass ihr mit den ganzen ISO-Adaptern, CAN-Bus-Adaptern, alles was es für euer Fahrzeug bei uns im Webshop gibt, direkt hier drauf docken könnt, um die Schnittstelle zu eurem Auto zu bekommen. Das heißt, da ist dann Strom drauf, da sind die Lautsprecherausgänge mit drauf und solche Sachen wie Beleuchtung oder eben das Anschalten einer elektrischen Antenne am Auto, das ist alles auf diesem ISO-Stecker mit drauf. Hier befindet sich dann auch noch ein braunes Kabel, das ist für Radiostummschaltung, für jemanden, der sowas noch braucht, ist aber wahrscheinlich eher sehr, sehr selten geworden. Wir haben ein blau-weißes Kabel, das ist der Anschluss zur Endstufe, damit die Endstufe dann anschaltet, sobald das Radio anschaltet, Remote nennt sich das hier. Wir haben ein lilanes weißes Kabel, das ist der Reverseingang für das Multimedia-Gerät, das ist dann, wenn ich eine Rückfahrkamera dran anschließe, damit das Gerät weiß. Jetzt lege ich den Rückwärtsgang ein, jetzt blende ich den Bildschirm von der Rückfahrkamera ein und sobald ich den Gang wieder raus mache, ist auch dieses Signal wieder weg und geht in den normalen Spielmodus über. Das kann ich mit dem hier anschließen, bei neueren Fahrzeugen kann man da eben auch mit einem CAN-Bus arbeiten, der den Reverse-Ausgang ausgibt oder bei alten Fahrzeugen ein Rückwärts-Licht ist einfach immer an, sobald ich den Rückwärtsgang rein mache, da kann ich es auch abgreifen. Wir haben das grüne Kabel, das gibt den Bildschirm frei während der Fahrt, also blöd eigentlich, das Kabel muss so angeschlossen sein, dass es bei gezogener Handbremse ein Signal gibt und Masse legt und dann ist der Bildschirm erst frei. Okay, naja, wer macht das jetzt schon großartig? Wir sagen natürlich, natürlich dürft ihr nur während dem Stehen Fernsehen gucken oder DVD anschauen. Man kann das allerdings auch umgehen, indem man einfach dieses grüne Kabel direkt auf Masse legt, so wie wir das jetzt hier auch zum Vorführung gemacht haben, weil sonst würde das Gerät nur die halben Funktionen aufweisen. Aber achtet bitte darauf, wirklich während der Fahrt nicht solche Sachen wie DVD gucken oder sowas, ist einfach ungesund. So, was haben wir noch? Wir haben unsere zwei USB-Eingänge, einmal für den iPod und einmal für den USB-Stick als Speichermedium oder eben auch Festbutton, die man daran anschließen kann. Wir haben, wie besagt schon, unsere Cinch-Eingänge oder Cinch-Ausgänge, Front, Rear und Subwoofer, die ich hier anstecken kann oder eben auch nicht verwenden muss. Dann brauche ich es auch nicht verstauen im Radioschacht, kann ich es ganz weglassen, je nachdem, ob ich einen externen Verstärker dran anschließe oder eben nur die Lautsprecherausgänge vom Autoradio nutze, die 4x45 Watt. Wir haben noch einen Anschlussstecker, da verbirgt sich jetzt doch noch ein bisschen was drauf. Den kann man rein theoretisch auch weg machen, wenn man das nicht braucht, was da dran hängt, aber wir werden es wahrscheinlich brauchen. Wir haben zum einen unseren Klinkenstecker für das Mikrofon, das wir anschließen können für das Externe. Wir haben einen Ein- oder Ausgang für die Lenkrad-Fernbedienungsinterfaces, damit ich eben auch, wenn ich Tasten am Lenkrad habe, für laut und leise vor und zurück und so weiter, entsprechend das Gerät drauf reagieren kann. Und dazu brauche ich ein Interface und das kann ich dann auch hier anschließen. Die Interfaces gibt es natürlich auch bei uns fahrzeugspezifisch im Webshop. Dann haben wir noch einen AUX-In-Eingang, das heißt, hier könnte ich auch eine Videoquelle noch mit reinschleifen mit den entsprechenden zwei rechten und linken Tonkanälen. Wir haben noch einen Kameraeingang, der dann wichtig wird, wenn wir dieses Reverse-Signal entsprechend auch mit benutzen und eben entsprechend eine Rückfahrkamera vom Signal her mit anschließen. Und dann haben wir noch einen rechten und linken Ausgang für das Rear-Entertainment, das heißt Dual-Sound, vorne Radio hören, hinten schauen die Kids eventuell Benjamin Blümchen an. Das ist unser Tonausgang und ein Video-Ausgang, damit eben auch Benjamin Blümchen ein Bild bekommt. So, das ist der Anschluss, den wir wahrscheinlich schon zum großen Teil benötigen. Wir haben noch einen GPS-Anschluss, der hier mit der beiliegenden GPS-Antenne entsprechend anschließbar ist. Dann haben wir da unten drinnen noch einen HDMI-Eingang und wir haben, was man jetzt wirklich auch noch erwähnen muss, wir haben hier noch einen digitalen Ausgang für den Ton und zwar einer, der sich von der Lautstärke her regeln lässt und der gibt dann Sinn, wenn ihr zum Beispiel das Clarion Full Digital Sound System mit installiert. Das ist ein ganz eigenes Teil, eine mega Innovation, die dann eben auf Digitalbasis bis zum Lautsprecher direkt voll digital läuft. Also da erklären wir nochmal ein eigenes Video drüber, das verlinken wir dann auch nochmal mit diesem Video hier. Also diesen Digital-Output, der gibt dann Sinn, wenn eine große Anlage installiert wird und zwar genau die Digital-Sound-Anlage von Clarion. Das Bluetooth-Mikrofon ist ja hier im Lieferumfang mit dabei, da liegen dann noch entsprechende Klammern mit dabei, um das Mikrofon praxisgerecht im Fahrzeug zu installieren. Da gibt es verschiedene Varianten, die liegen hier alle mit im Lieferumfang dabei und die Fernbedienung ist im Lieferumfang auch schon enthalten. Jetzt habe ich euch so ziemlich alles gezeigt, was das Gerät kann, wie man es anschließt, was man damit alles anstellen kann. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen geholfen bei der Entscheidungsfindung, welches Multimedia-Gerät soll es denn sein. Ihr dürft uns natürlich auch ständig fragen, da könnt ihr uns dann anrufen auf der Telefonnummer 08331 99 0300 oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an info-as24.com und weil es gerade so schön ist, abonniert uns doch. Da würden wir uns freuen, ihr bekommt über die neuesten Ansagen, was wir gerade vorstellen, was wir gerade so tun. Vielleicht gefällt euch das ja. Also bis zum nächsten Mal, euer Olli. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.